Tobias Felix, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Das war ein wahnsinniges spannendes Rennen von außen. Wie viel habt ihr denn selbst vom Rennen mitgekriegt? Wir wussten, dass wir gut weggekommen sind. Ein bisschen besser als gestern im Zwischenlauf. Und wir wussten, dass wir dann mit fünf, sechs Booten durch die 200 gegangen sind und dann alles reingelegt und dann hat es ganz knapp gereicht. Felix, in Poznan war der Zweiter, jetzt Dritter. Wo kamen die Franzosen eigentlich her? Die Franzosen, die kamen glaube ich auch aus dem Einer. Die sind beide auch bekannt für ihren guten Einer. Und die waren in Poznan noch nicht da. Wir wussten, dass sie jetzt hier in Duisburg da sein werden und haben uns gefreut auf einen fairen Ausscheid, den wir hier hatten. Und wir sind eigentlich recht zufrieden mit unserem Ergebnis. Wir wussten, dass das die Weltspitze ist und konnten uns da doch, glaube ich, recht gut durchsetzen und sind auch mit einer Medaille belohnt worden. Ja, Glückwunsch nochmal und wir freuen uns auf euch weiter zu beobachten. Danke. Dankeschön.